effektiv ist hier nichts, das ist nicht viel ein schloss in der Nähe vielleicht da oben, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das gefühl mein scanner findet hier gar nichts, dass hier einfach nichts gibt was ist das denn? die sind nicht amüsiert ich gebe mal mein schiff und mache mal den abhebe klaus toll, keine ahnung, dass die hier gleich sauer werden, nur weil ich was mitnehme müssen wir ein bisschen in der Nähe bleiben, weil ich war noch nicht fertig hier findet mich nicht weil hier war ja noch mehr wir warten wir haben Geduld ich kämpfe jetzt nicht gegen die, nur weil ich den Gravotino bald mitgenommen habe Gravitoni Grotovani Gravidingsbums 3 2 1 und weg Handacker raus nicht so weit weg, Junge Au ok die scannen das ganze Ding hier keine Ahnung, warum ich die jetzt mitgenommen habe oh oh, guck mal da die kennen wir noch nicht das ist ja böse der sieht groß aus tut der mir was unterwürfig ist ja nett der ist unterwürfig geh weg, Junge alles klar alles klar, ich konnte diesen Ball überhaupt nicht erkennen, Alter hallo, ich bin's nur ich habe hier gerade unrechtmäßig anscheinend was entfernt, das wusste ich aber nicht es tut mir auch ein bisschen leid aber nicht allzu viel hier ist auch was bist du denn hartefaktfragment noch ein Schlüssel ok was schließe ich denn damit auf ach, jetzt rechnet schon wieder mach doch nicht sowas was schließe ich denn damit auf ich höre was irgendwas ist da oben es frisst mich nicht hallo ah, hartefaktfragment noch ein Schlüssel nur was macht hier Geräusche ich habe irgendwo eine Tür die ich nicht gesehen habe oder was? hier ist doch nichts aber was macht hier Geräusche was mache ich denn jetzt mit den Schlüsseln ein Schloss in der Nähe ich habe jetzt drei Stück davon ich sehe aber nix was hier irgendwie wie ein Schloss aussieht glaube ich doof irgendwas scheint hier unten zu sein noch und was macht hier Geräusche hm hm so ich bin jetzt genau jetzt bin ich da ich verstehe nicht was mache ich jetzt mit den Schlüsseln ein Schloss in der Nähe ist ja schön bringt mir aber nix ich sehe hier sonst auch keine Tür oder sowas was mache ich denn damit? hallo Hilfe und wenn das irgendjemand weiß kann das mir gerne sagen entweder jetzt in den Chat oder später in die Kommentare habe ich werde die ist noch nicht verkaufen wahrscheinlich und was ist da drin und muss ich wieder reingehen ähm mit G mit G Terrain Manipulatung also hier unter ist wahrscheinlich nichts was ist da der Boden aber ich ist irgendwie geht es hier doch rein so jetzt ist meine Waffenladung natürlich alle ähm Multiwerkzeug Terrain Manipulatung ach ich brauche Verrätsstaub oh man ich wollte mich hier nochmal reingraben und überall sind hier Wächter ist ja nervig wo passt denn jetzt dieser Schlüssel rein was macht eigentlich dieser andere komische Ball supersymmetrische Partikel Anhäufung extrem selten und wertvoll ein Produkt unterschiedlicher Super Gravitationskräfte ähä der in ein Schloss in der Nähe passen muss ich habe keine Ahnung vielleicht muss ich hier irgendwas ausgraben ich weiß es nicht ich muss erstmal weg und mir Feritstaub holen oder so'n Scheiß und Ammoniak wenn ich das scheiß andere Dinge aufladen kann Kohlenstoff und irgendwas noch Analyse mal und ich habe Ammoniak gefunden aber hier ist uns da ist was große Artefaktekiste Artefaktfragment hier auch noch Ah ok Scanner benutzen sollte vielleicht nicht mal so dämlich sein ne also ein bisschen anderen Scanner nicht diesen Impulsscanner sondern das Fehlenglas sag ich mal komm man damit auch ein bisschen weiter books crushing eden und der war falsch bisschen weit von welchen ziel erreicht nach hollöchen dass wir nicht gerne ein schiesel diese pflanzen sehen auch eklig aus ne so mal gucken was ist das denn hier ach noch ein ball schön hier ihr seht das ja wohl ja nicht sagen kupferansammlung sonst ist hier aber nichts weiter da ist noch irgendwie so hier ist noch ein unterirdisches relikt das würde ich auch gerne noch ausgraben wobei die hier sind und die vielleicht noch einmal einscannen geht jetzt viel besser mit dem scanner sehr geil so dann hier unterirdisches ach de faktos ruckelt gerade ein bisschen kann das sein gefühlt ruckelt gerade ein bisschen hallo dankeschön so artefaktfragment da ist auch noch einer so ein ball der machte so nie geräusche der ist da tatsächlich oben drauf in einer dieser schalen oder was und jetzt sind die wieder sauer und mein schiff und jetzt sind die wieder sauer Ich weiß nicht, ob die hier hochkommen. Ich wurde auf Allfälle entdeckt. Anscheinend kommen die hier nicht hoch. Ich crouchen. Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Sie sind direkt unter mir. Anscheinend kommen die hier nicht hoch. Dann sind sie ja nicht die Schlaufen, möchte ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die mich hier jagen. Können einfach mal hier so stehen bleiben. Und darauf warten, dass die gleich in der Suche wieder abbrechen. Und wir markieren schon mal das nächste Ding. Da haben wir einen Ball. Den holen wir uns nachher. Da war hier noch irgendwo eine Kiste. Hier ist auch noch irgend so ein unterirdisches Relikt. Dort holen wir uns auch noch her. Hier war aber irgendwo die Kiste. Wo ist denn die hier hin? Hier. Artefaktfragment. Artefaktfragment. Das will ich hauen. Ich glaube, die hauen hier nicht ab, ne? Ne. Oh, ich wurde gesehen. Ich mach mal die Wiege, ne? Ach du dicke Scheiße. Hallo. Schnell, 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 schnell. Steck ein. Und ab fort. Leck mich am Arsch, du. Okay. Böser Wächter. Müssen wir beim nächsten Mal uns, glaube ich, gleich wegrationalisieren. Wir warten jetzt, bis der fertig gesucht hat. Und dann gehen wir dann gleich wieder vor Anker. Alter. Ich hab auch mal eine Zeit lang gegen die Wächter gekämpft. Aber. Momentan sind wir da noch nicht so viel gemacht. Dumdi, dumdi, dumdi. Stream was noch? Jo, alles gut. Oha. Kodierung überlastet. Was ist das denn? Jetzt wieder weg. Das heißt, es gibt Freezes in der Aufnahme. Das ist toll. Freue ich mich. So, jetzt muss ich gucken. Ich verwirrte hier. So, jetzt mal wieder runter. Das ist ja eine Punktlandung, Freunde. Okay, Kodierung überlastet. Das ist sehr schlecht. Ich hoffe, das wird jetzt keinen Dauerzustand. Denn ansonsten muss ich eins von beiden abbrechen. Ja. So, warte. Jetzt aber der Faktfragment. Die Kiste ist dichter dran, ne? Ich will trotzdem erstmal das Ding haben. Ich hoffe, das wird jetzt keinen Dauerzustand. Mit der Kodierung überlastet. Kann aber eigentlich nicht, Alter. CPU-Auslastung ist minimal. Also, ich weiß nicht, was da los ist. Ein uralter Schlüssel. Alles klar. Jetzt haben wir einen ganzen arschvoll uralter Schlüssel. Jetzt wo muss die Artefaktkiste. So, oh Gott. Okay, wir brauchen drei davon. Zwei und drei. Wir machen mal auf das Gerumpe. Staubige Wanzen. Dein Ernst? Staubige Wanzen? Das ist ja nicht so geil. So, dann machen wir mal den. Unterirdisches Relikt. Das ist hier unterirdischerweise sehr unterirdisch. Heißt aber, in Normalfall gibt es hier irgendwo eine Kiste. Können wir hier mal reinwursten. Hier werden wir können wir uns auch gar nicht mitnehmen. Hier sind wir ein Wächter. Wo ist es hin? Hallo? Unterirdisches Relikt? Nein. Hä? Wo ist es hin? Bin ich doof? Habe ich es kaputt gemacht? Hä? Bestimmlich? Es ist weg. Ich- Ich guck mich nicht raus. Hm? Es ist weg. Das ist ein Außerirdisches Artefakt. Was haben wir noch? Äh. Da hinten noch so ein... Gravitino-Ball. Komisch. Einfach weg. Schade. Schade, schade. Okay, Kodierung-Überlastung ist, glaube ich, erstmal wieder raus. Ne, da ist es wieder. Das heißt, äh, wir haben Probleme beim Aufnehmen und, äh, Dingens. Den sehe ich ja gar nicht. Wo ist mein Schiff? Ich muss gleich wegflüchten. Tschüss. Schnell, 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 schnell. Weg, 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 weg. Tschüss. Okay, ähm, das ist leider ein Problem. Dann würde ich sagen, ähm, bläh. Müssen wir mal irgendwo gleich vor Anker gehen, sobald die Wächter nicht mehr suchen. Ich fliege mal erstmal in die Richtung und dann... Ah, ah, nein, aua. Von da hin, wo wir hinwollen. Ach, das ist außerhalb. Das ist nicht so gut. Okay, dann fliege ich mal ein Stück erstmal in die Richtung und dann müssen wir beim nächsten Mal dann, äh... Ja. Weiß ich nicht, wie wir das jetzt machen am besten. Ich würde gerne heute streamen, aber... Ich würde auch gerne heute No Man's Sky aufnehmen. Das ist leider ein Problem. Juhu, die Wächter. Warte, ähm... Ja, leider klappt beides gleichzeitig nicht. Ähm, gut, dann würde ich sagen, mache ich erstmal mit der Aufnahme Stopp und dann gucke ich mal gleich, was wir spielen. Oder? Ich weiß jetzt leider, weil sonst habe ich leider Freezes bei der Aufnahme. Das ist leider sehr blöd. So, dann gehe ich mal kurz vor Anker. Steig einmal aus, dann speichert er nämlich, der Kollege. Warte. Warte, wieder Herstellungspunkt. Zack. So, und dann sag ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zubeisein bei No Man's Sky. Und bis zur nächsten Folge oder Aufnahme und ich bin der Mechaniker und ich bin raus. Tschüss. 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 Vielen Dank.